wir wollen video machen über norwegen und ich sitze hier und warte und sitze hier und warte ich bin ja schon da da musst du eigentlich auf den sofahund na gut ausnahmsweise so hier deine dokumentation ja wir haben ein paar punkte zusammengeschrieben was für euch so ein bisschen zu unserer norwegen reise erklären wollen sagen wollen wir haben ja schon einige fragen dazu bekommen und ich würde sagen wir starten jetzt einfach mal mit dem thema anreise wir haben ja schon ein video hochgeladen da haben wir so ein bisschen unsere anreise dokumentiert und was wir gemacht haben also es gibt zwei verschiedene möglichkeiten nach norwegen anzureisen entweder mit der fähre was wir ja eigentlich auch vor hatten das ist wahrscheinlich auch die beste variante mit der fähre zu reisen wir sind jetzt über schweden gefahren ist ein umweg ist auch mal schön über die brücke zu fahren durch schweden zu fahren aber wenn wir noch mal nach norwegen einreisen dann auf jeden fall mit der fähre ansonsten das video von der von unserer anreise verlinken wir auf jeden fall noch mal im video also es gibt die möglichkeit mit der fähre zu fahren also ganz normal wenn ihr dann von deutschland über dänemark oben in den norden von dänemark fahrt dann könnt ihr von hier teils rüber nach christiansand ist die eine verbindung dann gibt es noch eine zweite verbindung nach bergen von dem ort dessen haben die jetzt gerade nicht einfällt aber denke ich jetzt noch mal einmal kurz und dann gibt es auch noch die zweite fähre das ist aber von deutschland nach norwegen das wäre von kiel nach oslo ist ein bisschen länger ist die color line wieder fährt fährt glaube ich 20 stunden wir haben uns gegen die fähre entschieden weil mucklieder glaube ich nicht mit aufs deck durfte ich glaube da waren diese reise boxen oder hunde boxen aber ich habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt das hast du dann ja getan genau also die fähre auf jeden fall nicht nehmen erstens war sie teurer die wäre länger gewesen und dementsprechend haben wir uns für die fjotline entschieden die von dänemark nach norwegen fährt was letztendlich auch eine schlechte entscheidung war ich meine die fjotline konnte nichts dafür aber corona sei dank hat beziehungsweise wurde unser ganzer plan umgeschmissen hat unsere ganze rute zerstört also eigentlich heute planmäßig mit der fähre nach christiansand fahren von christiansand hoch bis zu den dorfoten und dann über finden den coach über finnland werden wir über finnland gefahren ja beziehungsweise wenn wir wenn wir bis zum nordkap hochgefahren wären das haben wir auch noch im hinterkopf aber das wäre schon eine schrecke gewesen werden über finnland zurückgefahren über schweden und dann über die brücke zurück nun sind wir über schweden rein gefahren in der höhe von oslo und dann waren wir schon mitten in norwegen und sind dann irgendwie ein bisschen planlos rumgefahren durch die nationalparks dann hat die fähre geschrieben wir dürfen mit der fähre wieder zurückreisen somit sind wir eine woche vor urlaubsende in den süden gefahren von norwegen um die info zu bekommen dass wir dann doch nicht mit der fähre zurückfahren können weil die fahrten wohl storniert wurden und lange geschichte also wir haben auf jeden fall ein video darüber verlinkt genau also informiert euch auf jeden fall vorher wie ihr anreisen wollt wie die aktuellen bestimmungen sind es kann sich von tag zu tag ändern dass ein gebiet plötzlich nicht mehr grünes gebiet ist und risikogebiet so wie es uns getroffen hat das schöne am mobilistentum ist halt beziehungsweise mit dem wohnmobil unterwegs ist die flexibilität also auch wenn die fähre nicht fährt es gibt immer eine alternative ja und die war für uns dann entsprechend der landweg und der ist auch schön und liegt da ein bisschen durch und zwar sind wir ganz normal von flensburg auf die a7 dann weiter zur grenze gefahren da wird das ja dann die 45 und dann geht es richtung osten sozusagen kolding dann weiter zu den brücken die erste brücke ist dann die störe bald brücke die verbindet ost und west dänemark und dann geht es weiter auf die öresund brücke oder die öresund verbindung das ist ja dann auch einmal der tunnel und die brücke die verbindet dann dänemark und schweden die beiden brücken sind auch mordpflichtig genauso der tunnel die maut fällt an wenn ihr über die brücke rüber fährt danach ist die mautstation könnt ihr auch ganz locker per karte bezahlen haben wir auch gemacht ich glaube die erste brücke die kleine brücke von dänemark zu der dänemark dänischen insel ich weiß nicht was hat 61 euro gekostet bei unserer weinsberg pepper und die öresund brücke die hat irgendwie um die 120 euro gekostet also ich finde es ein bisschen übertrieben von dem preis aber gut man stellt sich darauf ein man kann es nicht ändern aber wenigstens trotzdem ja die genau das waren die beiden verbindungen was da gibt vielleicht noch zu warten ist also falls man also es macht sind auf jeden fall noch mal in dänemark das fahrzeug voll zu tanken jetzt in diesem jahr auf jeden fall wir sind nach schweden reingefahren mit einem leeren tank und er haben uns etwas über die hohen spritpreise die ehrgott ich meine norwegen da waren sie auch schon sehr hoch aber schweden hat alles getoppt mit 1,90 beim beim dieselpreis und das im juli 2021 wahrscheinlich wenn wir jetzt ein jahr später das video noch mal sehen sind sie bei zwei euro aber zum jetzigen zeitpunkt das war schon sehr teuer aber gut man hat sich auch darauf eingestellt und ist so ist halt einfach so genau dann ein weiterer punkt ist die einreise mit dem hund mit dem kleinen mann hier neben uns wenn ihr nach norwegen fahrt dann müsst ihr einiges beachten der hund braucht ein eu heimtierausweis der muss geschippt sein dann braucht er eine gültige tollwutimpfung die muss auch vom tierarzt eingetragen sein und zudem muss er eine aktuelle wurmkur bekommen die wurmkur darf maximal 120 stunden ein alt sein und ja am jüngsten 24 stunden muss auch vom tierarzt eingetragen sein und die muss gegen den band wurm ja gültig sein bei der einreise allerdings wurde das nicht kontrolliert da wurden wir einfach nur gefragt ob wir geimpft wurden oder voll durch geimpft sind waren wir in dem zeitraum noch nicht daher dürfen wir auch nicht die fähre nutzen wir durften so durchfahren es wird nicht kontrolliert was wir geladen haben was wir im fahrzeug haben wir mussten in eine lohnstadt reinfahren und dort wird einmal nachts noch einen test gemacht dieser war negativ und dann durften wir den urlaub beginnen und innerhalb norwegen war irgendwie gefühlt gar kein corona mehr also keine maskenpflicht man ja es war das normale leben war in der zeit zurück also ein die einreise ist recht streng finde ich was sie da haben es gibt auch bestimmte bedingungen was ja lebensmittel mitnehmen dürft ihr zum beispiel keine kartoffeln mitnehmen milchprodukte auch nur eine bestimmte anzahl also das verlinken wir euch auch noch mal in der video beschreibung wo ihr euch da informieren müsst weil nur wegen ist halt auch recht teuer was die einkaufspreise betrifft aber da würden wir gleich noch mal wieder ein bisschen genauer darauf eingehen dazu später mehr genau dann ist das so ihr habt ja vorher bei der einreise wenn ihr über den landweg fahrt auch eine maut bezahlt die maut wird auch in norwegen fällig nicht bei allen straßen aber es gibt einige straßen da ist dann meistens ein schild mit einem autopass steht da drauf und das ist halt typisch für für brücken für tunnel für autobahn dass da wirklich diese maut anfällt dann gibt es noch einige privatstraßen da fällt auch eine maut an die sind meistens so also es lohnt sich diese straßen mal zu befahren da sind auch immer schöne plätze wo man stehen kann und das sind meistens dann ganz schmale straßen in der regel ist eine schranke vor und dann müsst ihr wirklich am automaten bezahlen also so unterschiedlich da kannst du kostet so eine maut vielleicht auch mal 15 euro aber es lohnt sich auf jeden fall die mautstraßen die wir genutzt haben also man kann sie vorher diesen autopass besorgen dann spart man so wie ich das im hinterkopf habe zehn prozent bei den mordgebühren mit diesem autopass wir sind einfach so reingefahren und haben die rechnung noch nicht bekommen es soll aber im rahmen bleiben ja wir sind gespannt was da noch auf uns zukommt genau dasselbe ist wenn ihr eine fähre benutzt das wird auch entsprechend per rechnung kommen in der regel machen die da auch ein foto vom kennzeichen und dann wird das auch alles zugeschickt wir sind gespannt was da noch auf uns zukommt hoffentlich kippen wir das haben die nur das das ist in norwegen auf jeden fall top gelöst also wirklich richtig entspannt man musste auf nichts achten man konnte einfach dahin fahren wo man wollte im hintergrund wird das kennzeichen gescannt die rechnung kommt jetzt irgendwann aber das ist super gelöst ja dann weiterer punkt die straßen sind teilweise sehr sehr schmal wir haben vor kurzem ja ein video gepostet dass uns jemand den spiegel angefahren hat und das war auf einer ausgebauten straße aber es gibt da wirklich straßen die richtig krass sind da die sind ganz schmal zwischendurch gibt es nur ausweichbuchten was wir festgestellt haben also es ist alles befahrbar ist es in norwegen eigentlich in anführungszeichen kein problem falls ein einheimischer oder norweger entgegenkommt das ist total entspannt wo es ein bisschen kritisch wurde teilweise bei den deutschen oder niederländischen kollegen ja da wurden ein bisschen um vorfahrt gekämpft und aber das waren jetzt unsere erfahrungen die sind ein bisschen bissiger gefahren ansonsten nimmt da doch schon jeder ziemlich viel rücksicht auf den anderen und man kann in ruhe alle passagen fahren es gibt hinter jeder passage irgendwo ein großes stück umzuwenden also es ist nicht so wenn man wie in italien dass man angst haben muss dass man sich da irgendwie festfährt und in fünf kilometer rückwärts wieder aus der straße rausfahren muss die straßen teilweise sehr eng aber es gibt genug ausweichbuchten also man kommt überall sehr gut durch also am anfang war das auch noch so wenn wir irgendwelche straßen gefahren sind wo es dann rechts oder links richtig steil runter ging da ist man so ein bisschen angefangen zu zittern aber nach einer zeit wird es besser die wege sind teilweise auch extrem schotter schotter auf eine ganz engen passage ein geländewagen mit einem sieben meter wohnwagen entgegen kam dann haben wir auch nur gesagt okay wenn die das schaffen dann schaffen wir das auch alle dann ja man gewöhnt sich daran und irgendwann nach zwei drei tagen also schlachtlöcher sind da einige da müsst ihr euch darauf einstellen es ist sehr staubig also das wohnmobil war ziemlich dreckig als wir wieder zu hause angekommen sind richtig ist immer wenn man eine enge straße fährt dass man immer schön weit nach hinten guckt ob da irgendwo ein fahrzeug entgegenkommt und wenn man das fahrzeug sieht dann kann man schon die nächste bucht ein bisschen an fokussieren und dort reinfahren und dann flutscht das ganz schnell dadurch also in der regel die sind auch also das haben wir jetzt gemerkt die norweger sind sehr freundlich gelassen man wird eigentlich wurden wir angehobt nö ne sonst nicht irgendwie aufgefallen an einer mautstelle an der öresong brücke ja da wurden wir einmal angehobt da ging das nicht so schnell mit der karte und da fingen sie von hinten schon an zu hupen aber sonst so in norwegen haben wir das eigentlich gar nicht erlebt dann ja genau der nächste punkt wir haben eigentlich nie so berührung mit der sprache englisch haben das da mal wieder ein bisschen aufgefrischt man kommt auch sehr schnell wieder rein und die nehmen das auch nicht so übel wenn man mal irgendwelche kommunikation auch wenn es mit handzeichen ist funktioniert super die norweger sind auch super entspannt und er weiß ich nicht immer gut gelaunt super freundlich also als wir zurückgefahren sind man fühlte sich schon ein bisschen unwohl als wir nach deutschland reingefahren ist man darf es bald gar nicht sagen aber norwegen also die menschen die land also es ist einfach ein traum und dagegen ist deutschland doch ein bisschen überfüllt und man darf gar nicht zu viel meckern aber es gab schon einen kleinen schock nach vier wochen als man wieder deutschland reingefahren ist also sehr sehr freundliche leute und wenn ihr nicht so gut englisch könnt also ihr werdet das auf jeden fall lernen euch zu verständigen dann genau das jedermannsrecht das wollen wir auch noch einmal kurz ansprechen das ist ja eigentlich für leute dass sie sich erholen können dass sie die natur erleben können und das gilt eigentlich nicht für wohnmobile also wir haben es gesehen dass einige leute sich wirklich irgendwo ins nirgendwo gestellt haben das ist eigentlich nicht so gewollt man darf mit dem wohnmobil überall stehen wo eine befestigte straße ist was man nicht darf ist dass man von den straßen runter fährt irgendwie quer in den wald rein was eigentlich die wege technisch auch kaum möglich ist es sei denn man hat wirklich einen kleinen vier mal vier wagen aber größtenteils die die wege die führen überall in jeder ecke hin in jedes letzte stück also da ist man super aufgestellt und man will freiwillig gar nicht von den wegen runterfahren weil die sind schon teilweise auch vor ort ja also man findet eigentlich überall irgendwie eine bucht wo man parken kann und ja haltet auf jeden fall abstand zu den häusern wenn da welche sind mindestens 150 meter packt nicht auf wiesen die eingezäunt sind und dann klappt das eigentlich alles und natürlich was ganz ganz wichtig ist bitte hinterlasst die natur so wie ihr die vorfindet macht auch gerne mal was sauber wenn irgendwas rumlegt werft euer klopapier nicht in die nächste ecke das war schrecklich teilweise also es gab plätze ja also es gibt ja fahrzeuge ich will jetzt irgendwie kein klientier ansprechen fahrzeuge die keine eigene toilette haben wenn man mit dem zelt reist hat man auch ein toilettenproblem aber wir hatten mal einmal eine kleine wir standen an einem kleinen fluss und haben dort essen gemacht und dachten was was liegt denn da für einen weißen schnipsel unter dem stein direkt an der straße dann hat man gesehen das war alles voll geschissen teilweise waren stein drauf gelegt und also das war wirklich eklig also wenn ich daran denke vom hund muss man alles einsammeln das wird einfach alles überall hingeschmissen und nimmt einen sparten mit hebt es auf wie auch immer also das muss nicht sein der nächste der reintritt der war eklig und dann sind wir einmal vor wir sind auf dem weg zur fähre gewesen dann wollten wir am nächsten morgen früh zur fähre fahren und sind an einer breit ausgebauten straße stehen geblieben an einem kleinen wald und haben vor einem padwig geparkt und ja wir waren morgens am frühstücken hatten das fenster auf und konnten auf dem padwig gucken und das war ja also das war ein kommen kommen und gehen dass die leute gingen in den wald haben ihr geschäft erledigt und ging wieder raus ich will nicht wissen wie das in dem wald aussah aber jedem das seien ich meine das ist jetzt die natur wie zu verarbeiten können aber ja weiß ich nicht wir fangen es jetzt nicht so ansprechend zumal ein paar tage später der hund auf einmal ankam und wir dachten was hat der denn jetzt auf dem rücken weil der sich in allen möglichen sekreten wälzt wenn er was sieht und ja dann war es auch mal eine menschenwurst also das war sehr eklig da muss dann wetscher wasser baden aber gut jedem das seine wir sind da jetzt kein fan von aber wenn man keine andere möglichkeit hat aber ich denke man kann mit einem spartenstich schon viel erreichen und muss nicht irgendwo direkt an einem wanderweg oder an einem fluss oder see wo man von wo man lang geht wenn man dort ist ja weiß nicht sein geschäft erledigen aber zu viel ja so werden wir das genau ich habe es gerade ja der nächste punkt internetverbindung also das netz ist super ausgebaut finde ich es gibt manchmal orte da habt ihr nicht so einen guten empfang aber ansonsten war das eigentlich so wenn wir irgendwo oben auf dem berg waren da hatten wir wirklich viel geht also in den nationalparks ganz oben weiter den nationalparks wurde etwas schlechter aber es waren auch immer nur kurze kurze stücke also eigentlich hatte man ich würde behaupten 95 prozent internet wir sind auch im internet angewiesen weil wir noch aus dem wohnmobil arbeiten also wir hatten nur einen abend mal die situation wo gesagt haben kommen wir fahren weiter aber kein internet haben aber es war super ausgebaut man sieht auch meistens irgendwo auf einen berg auf einmal ein satellitenmast oder internetmast und ja also internetprobleme darf es eigentlich nicht geben dann genau dieser punkt tiere auf den straßen und am wohnmobil das haben wir schon öfters erlebt dass wir wirklich irgendwo standen oder dass dann plötzlich kühe kamen und das ganze fahrzeug irgendwie gewackelt hat genau da mussten wir nachts war eine schafherde da die haben wir verjagt da ist jetzt nicht viel passiert aber wir hatten mal eine situation mit einer kuhherde dann dachten wir was wackelt dann nachts das fahrzeug so und dann haben wir die glocke gehört und dann dachten wir schon okay das müssen kühe oder schafe sein und die kuh die hat schön ihren pöttern und so wohnmobil gerieben und seitdem haben wir da schöne kratze an der tür und ich weiß nicht ob die an dem fuß tritt ob sie das ganz angenehm fanden auf jeden fall müsst ihr euch darauf einstellen auch auf der straße wenn ihr also nicht nur wenn ihr steht auch wenn ihr mal fahrt dann kann das auch passieren dass da mal irgendwo plötzlich eine kuh auf die straße springt haben wir auch erlebt deswegen immer schön langsam dran vorbeifahren es ist eigentlich immer ausgeschildert natürlich nicht nur kühe schafe elche haben wir leider nicht gesehen ich habe die ganze zeit gesucht aber leider keinen gesehen elche rentiere andere wildtiere die können natürlich auch die straße laufen muschelsochsen habe ich auch nicht gesehen aber die können auch dabei sein ja den nächsten punkt genau ihr seht eigentlich überall holzhäuser total niedlich und was wir auch richtig schön fanden sind die ganzen holzkirchen die da überall waren also da auch gerne mal anhalten mal anschauen lohnt sich auf jeden fall ja das ist ein schöner punkt gas adapter ja ja wir waren kurz vor trondheim und es wird wirklich nachts kalt und wir haben die heizung angemacht vor dem urlaub hatte ich einmal gegoogelt dann habe ich gelesen dass lpg nord oder lpg nord unsere adapter hat und dass man dort problemlos gas nachfüllen kann wir waren oben bei trondheim und es war eine flasche leer die andere war noch halb voll hätte wahrscheinlich noch gereicht aber da es immer kälter wurde haben wir dann nach gas gesucht und wir mussten tatsächlich über 200 kilometer zu dem nächsten lpg nord fahren um unser gas aufzufüllen weil wir sind einfach zwei spontan angefahren die waren gar nicht besetzt und also wenn ihr das gas leer habt am besten vorher bei diesem lpg nord anrufen fragen ob dort dieses gebäude besetzt ist und ob die den deutschen adapter haben ja nach 200 kilometer haben wir problemlos das gas nachgefüllt bekommen pro füllung haben 25 oder 15 euro bezahlt also es ging von 50 aus waren ja ich weiß nicht es war wie hier in deutschland um die 20 euro eine füllung und ja man sollte auf jeden fall also wir können euch raten wenn die losfahrt macht die gasflasche voll und so weiter mit so gut ausgebaut ist das netz nicht und es war für uns sehr ärgerlich wir sind 200 kilometer runter gefahren und dann kam die info mit der fähre dass wir mit der fähre zurückfahren können haben wir gesagt okay wir fahren nicht wieder hoch wir fahren jetzt in den süden und das hat uns den urlaub beziehungsweise eine woche ein bisschen zerschossen wir werden gerne noch weiter hochgefahren ohne gas wäre es halt nachts kalt geworden und je höher wir gefahren sind desto kälter wurde es nachts ja die fähre und entsorgungsstation gibt es einige also es gibt viele campingplätze die das haben es gibt verschiedene apps die nutzen kannst wo das angezeigt wird und ja also da sollte es eigentlich keine probleme bei der fähre und entsorgung wir sind eigentlich jeden tag an irgendeiner fähre und entsorgung vorbeigefahren also das gab überhaupt keine probleme falls mal irgendwo gar keine ist in der nähe oder je länger an einem standort bleibt wir können doch jeden campingplatz anfangen in der regel nehmen und campingplätze war immer so eine sache die wollen dann halt das genau moment bei den campingplätzen war das so eine sache dass die das eigentlich nur wollen mit der fähre und entsorgung wenn man dort übernachtet wir haben es halt selber nicht ausprobiert aber gelesen dass dann es oft abgesagt wurde wo sind wir denn hingefahren wenn wir nichts hatten wir haben eigentlich immer eine station wir haben noch eine zweite wechselkassette mit die brauchten wir aber gar nicht und ansonsten gibt es eigentlich überall stationen also wir empfehlen euch auf jeden fall einen langen schlauch mitzunehmen dann verschiedene adapter dafür dass die anschlüsse habt auch in verschiedenen größen und dann könnt ihr eigentlich überall probleme haben denn auch gesehen haben ok wie kritisch haben wir hier über park von night einmal geguckt wo ist die nächste station wenn wir nicht zufällig an einer vorbeigekommen sind und was auch immer super funktioniert hat weil die stationen an den tankstellen also da gibt es eigentlich mehr als genug für einen entsorgungsmöglichkeiten ja stellplatz suche da empfehlen wir euch frühzeitig zu suchen denn man merkt schon dass gegen nachmittag hin dass die plätze dann sehr voll werden auch campingplätze wir sind ja einmal einen campingplatz angefahren da waren wir ich glaube gegen 10 11 uhr das war kein problem wir haben noch einen schönen stellplatz bekommen aber so später es wird desto voller sind die plätze natürlich ihr müsst in der regel nicht vorreservieren wenn ihr frei steht dann müsst ihr natürlich auch darauf achten also ihr merkt das schon dass gegen nachmittag hin dass wir waren natürlich auch in der hauptferien in der hauptsaison dort also gegen 16 17 uhr waren die coolen plätze oft belegt wahrscheinlich ist es nach der saison oder der nebensaison nicht so aber wenn man weiß wo man stehen möchte macht es sinn dass man gegen mittag irgendwo anrufen reist weil dann ist die wahrscheinlichkeit höher dass sie den super schönen stellplatz bekommt dann der nächste punkt einkaufen also wir haben das so gemacht dass wir vor dem urlaub gut einkaufen waren hier in deutschland uns den wahren ordentlich vollgepackt haben und dann natürlich schon einiges hatten als wir nach norwegen reingefahren sind einkaufen ist da recht teuer also es gibt verschiedene märkte zum beispiel kiwi oder reema 1000 das ist so vergleichbar mit lidl und aldi hier in deutschland natürlich ja ungefähr doppelt so teuer aber ansonsten das sind so zwei märkte wo wir immer gerne eingekauft haben wenn wir was brauchten und alkohol ist extrem teuer ihr zahlt hier in deutschland so 70 cent für eine dose da durfte ich mein sechster träger für den urlaub nicht mitnehmen packt euch das wohnmobil voll guckt was ihr mitnehmen dürft und packt es voll ich kann es nur empfehlen also mit dem bier wir haben am sonntag eine große wanderung gemacht dann habe ich mich den ganzen tag auf einem bier gefreut dann waren wir im reema 1000 drin habe ich mit zwei dosen eingepackt das waren ich weiß nicht glaubt eine flasche corona soll 3,50 kostet eine dose liegt auch in die 250 und um die drei euro ist dann ja auch in ordnung wenn man sagt ja ich wollte zwei dosen bier mitnehmen und an der kasse wurde mir das bier wieder entnommen weil man am sonntag und samstags ab 18 uhr kein alkohol mehr ausgeben darf im supermarkt und dann war die lust auf bier verloren die lust auf bier vorbei ja das ist halt supermärkte genau dürfen auch nur alkohol bis viereinhalb prozent anbieten für alle anderen alkoholsorten muss man in dem speziellen ich weiß nicht wie mich schimpft sich das noch in so einem speziellen drogeriemarkt einkaufen drogeriemarkt nicht aber irgendwie spiritosen ist das also kriegt ihr nicht im supermarkt ansonsten ja das haben wir auch so ein bisschen schade an norwegen man kennt das ja von von österreich wenn man da so ein bisschen wandert dass man abends nicht noch eine oder auf dem weg ihm eine hütte setzen kann dann schönes weizen oder ein bier trinken kann das ist da halt entsprechend nichts war das war nicht so schlimm in der barzeit man für ein bier um die zehn euro schon alles recht teuer aber wenn man sich ein sixpack einpackt abends in ruhe mal ein bier trinkt also man genießt das wir dann doch schon mehr wie in deutschland also es ist dann halt noch in ordnung also neufig ist ein schönes land alles gut passt doch ja das sind so die wichtigsten das war der unterschied zu deutschland also auch um noch mal das biertrinken zurückzukommen also man hat dieses bier abends richtig genossen aber es sind viele sachen die man anfängt ganz anders zu genießen wir wollen zum beispiel total gerne lachs essen und haben dann im supermarkt gemerkt der lachs ist total teuer also haben wir dann kein lachs gekauft man genießt die doch schon mehr und wie ein bisschen sparsamer mit mit dem essen allgemein und mit dem verbrauch in deutschland knallt man sich direkt sechs bier haben abend rein in norwegen genießt man eins also man merkt schon dass wir ein bisschen angetan von norwegen sind also norwegen lohnt sich auf jeden fall wenn ihr da mal hinfahren wollt dann macht das nutzt die chance also ihr werdet auf jeden fall dieses land nie wieder vergessen also es ist wunderschön die landschaft ist einfach ein traum und packt euch unbedingt eine angel ein wenn ihr ein bisschen angeln könnt wir wollten die ganze zeit stockfisch angeln oder stockfische machen und ja ich also man konnte überall angeln und angeln kaufen allerdings mit der zubereitung da haben wir uns dann noch nicht angetraut und ja ich denke sehr viele fahren dann mit einer angellos und angeln sich dann mal eben für den fisch und ich weiß jetzt nicht wie das damit in genehmigung ist da kennen wir uns jetzt auch nicht so mit aus aber es gibt halt auch einige stellplätze wo man dann beziehungsweise campingplätze wo das angeboten wird dass man davor angeln kann das haben wir auch gesehen wo man einen stock stockfisch dann anschließend auch noch zubereiten kann aber wenn ihr auch gerne kämpft und angeln wollt dann ist norwegen auf jeden fall das richtige land für euch aber auch wenn ihr nicht angeln könnt so wie wir dann auf jeden fall auch also wir können auf jeden fall verstehen warum norwegen auf der traumliste ganz oben bei ganz vielen leuten ist stellt euch aber auf sehr viel fahrerei ein also wir sind jetzt bis zur hälfte bis nach trondheim gekommen wir sind mit der anfahrt nähe bremen bis nach also wir haben für die komplette tour 6400 kilometer gebraucht also man fährt sehr viel und das liegt alle sehr weit auseinander 200 kilometer oder es ist man sitzt extrem viel im fahrzeug und das schöne ist aber einfach also man hat auch nachher so ein luxusproblem dass man man möchte dann bei dem stellplatz der ist schon wunderschön in deutschland würde man sich freuen wenn man so einen stellplatz hat und man fährt dann trotzdem noch weiter das hatten wir so oft man ist immer auf versuche nach was besseren man willst noch einmal toppen und ja letztendlich ist man wieder zwei drei stunden weiter gefahren und ja ja es wird halt nicht langweilig also das ist wirklich man fährt durch den tunnel hinter dem tunnel ist auf einmal eine ganz andere landschaft und also es ist einfach toll ja die tunne das ist auch noch eine sache sie sind teilweise wirklich dunkel und schmal und ist auf jeden fall trotzdem sehr cool da mal durchzufahren also ihr werdet sehen schreibt auf jeden fall immer in die kommentare wenn ihr schon mal in norwegen wart oder wenn ihr eine tour plant schreibt doch gerne wo ihr dahin fahrt und wir wünschen euch auf jeden fall ganz ganz viel spaß beim nachreisen und ja schreibt doch auch gerne mal fragen in die kommentare und wir beantworten die auf instagram also wenn ihr fragen habt ballert die kommentare voll von uns bekommt ihr die antworten soweit wir es antworten können vergesst nicht auch noch unseren kanal zu abonnieren und folgt uns auch gerne bei instagram und wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten video auch einschaltet also eigentlich sind wir überhaupt nicht für naber videos ne also wir haben jetzt sehr viel gelabert und der erste der jetzt schon davon eingeschlafen ist ist hier Onkel Moki ich hoffe das video ist nicht so langweilig dass ihr davor auch einschlaft aber wir sind ja noch in der anfangszeit